Na? Dr. McCoy? Mach's Sauerei, hm? Bisschen Sauerei machen, hm? Oh ja. ...emanzipiert und hat den Mächtigen in Kirche und Welt die Leviten gelesen. Genau darum geht es auch jetzt, weil die Geduld vieler Frauen am Ende sei. Ich stelle fest, dass ein hohes Maß an Frustration, Wut, Enttäuschung darin, kleiner Dreckbär, hm?